Heidehau, willkommen zurück hier bei Gianluis Chisters mit mir, dem Papa. Ja, wir waren als letztes stehen geblieben hier vor unserem Endgegnerchen. Ja, das ist definitiv 3-1. Also das ist unser Endgegnerchen und ich werde mich jetzt einfach mal da rein wagen. Uiuiuiui, mal gucken, was uns passiert, wollte ich gerade sagen. Äh, begegnet. Erwartet, erwartet, genau, erwartet war das Wort, was ich suchte. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh! Die Musik ist schon mal göttlich. Die mag ich. Ohne. Wenn und Aber Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hier runter. Nee. Nee. So, dankeschön. Oh, geschafft. Yay. Das ist sogar normales Wasser. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich erkenne das irgendwie nie. Dann tauche ich doch mal eben ein bisschen ab. Lalalalalala, Kugelfisch, Kugelfisch. Na, in welcher rein? Genau, in welcher Rheine schwimmt ihr? In welcher Rheine schwimmt ihr? Das war knapp. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier auch zumindest mal raufscholte? Oh. Wandsprung-Action? Ja, Wandsprung-Action. Aua. Nein. Schade. Ja. Nein. Oh. Ich habe den Film nie geguckt. Aber solche Zitate sind dann auch bei mir angekommen. Ja, ich könnte wieder versuchen, ein bisschen mehr zu reden. Ich habe es nämlich gerade in der Durchsicht des alten Videos Aua. 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 Blöder Osterhase. Hase. Nein, das klang definitiv falsch. Warum drehst du da um? Du sollst schon weiter schwimmen, du blöder Fisch, du. Ich lasse den Hasen Hase sein. Genau. Mach dir nichts draus, Hase. So. Wie weit schwimmst du? Du schwimmst mir zu weit. Um ehrlich zu sein. Naja, das... Woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo. Hat mich in klein bin ich gerettet. Ich... Schwimm mal zurück. Schwimm mal schön zurück, du. diese lotte ach so von oben definitiv definitiv von nicht daneben wenn ich mich an eins erinnern kann dann dass die wuchs seitlich auch stacheln hat so dann muss ich dich mal regenerieren lassen da 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 nein halt erst erst drauf springen weil sonst bist du nämlich nicht falsch herum das hört sich merkwürdig an sonst bist du nicht falsch herum ne ich komm da definitiv runter das funktioniert ja auf keinem fall ja 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 ein paar anstrengende schwimmpassagen hahaha halt von wegen ich kann da nicht weiter nein nicht ganz so aber ich komm da definitiv hoch hallo ich bin ein kleines mädchen ich kann doch klettern nicht wahr hahaha weil das ja auch so typischer mädchensport ist na fast 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 so dankeschön und jetzt einmal den ganzen weg wieder zurück die seite brauche ich ja ja errungenschaft freigeschaltet weiche landung ok ne von hier schafft man das gar nicht da hoch zu kommen ähm jo bin ich noch nie getwilt auf jemand gelandet aber bestimmt nicht mit ihr na äh 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 ein ich bringe doch einfach nach oben Tussi schon schon ein bisschen ne Tussi grad war so noch ein richtiges Outdoor Mädchen schon ein bisschen ne Tussi na komm schon na komm schon so und jetzt langsam hier runter tweelen wechseln wechseln und Punktlandung ähm natürlich unser nettes Wasserareal sollten wir auch nicht außer Acht lassen mhm achso ähm eventuell funktioniert das ähm ja instituer blege ف das Fair na nein 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 ne so immerhin trennen wir nicht so ein bisschen Karraontolieren Schwimm mal ganz schnell wieder zurück So, nettes Kugelfischchen, du Genau, genau so Und Du brauchst mir auch nicht zu nahe kommen Ah, ein Dach, ich komm nicht hoch Die Akropolis hindert mich daran, oder keine Ahnung Äh, ne, schwimm nur mal raus, schwimm nur mal Du schwimmst nicht raus Ui, 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 ui.